Wir haben jetzt eine 360 Grad Kamera für die LED Light Show und erklären jetzt erst mal wie das funktioniert, wenn man das sieht, oder? Ja, also ihr könnt euch jetzt mit eurem Handy oder mit eurem PC komplett rund um uns rum bewegen, mit dem Handy halt kippen oder mit dem Finger streichen oder mit dem PC dann nicht den Monitor nehmen und rauf und runter kippen. Die Funkländische Hausfrau macht das gern. Computer nehmen, dann nach oben rein. Also immer versuchen, mit der Maus halt, ne? Mit der Maus und ein Bild vor allen Dingen zu suchen. Ich schlafe mal eine Runde wo. Lass mal gehen. Also wir können jetzt einmal außen rum laufen und alles anschauen. Natürlich, bei manchen Bildern zeigt sich natürlich auch ein kleines bisschen, was da noch so im Bild rumhängt. Also so ein paar Leute, die einfach... Jetzt zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel vorbeilaufen, ihr könnt jetzt auch Wischen machen und sehen, ich mach mal eine Runde. Komm, ich mach mal eine Runde, wir unterhalten uns dabei. Also immer irgendwie dem Bild folgen. Ja, genau. Immer uns folgen. Uns folgen. Dann schauen, was es Interessantes zu sehen gibt. So auf diesem ganzen Niveau. Kann man ja immer sehen, was so schön es ist. Also eigentlich eine geile Sauer. Kann man ja nicht in der Show aufstellen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der Zuschauer hat immer die Wahl, wohin. Ich schau, da ist nicht auf den Kameramann angewiesen. Da kann es sich halt einfach selber bewegen. Stell mal beim nächsten Mal hin. Im Übrigen, wir drehen schon fleißig für die nächste Sendung am... Holger, wann ist die? Da drüben. Am 25.09. Am 25.09. Es gibt einen kompletten Spielplan für die nächste Saison. Stell mal natürlich auch rein. Und Peter, kriegen wir es diesmal mit dem Ton besser hin? Ja, wir kriegen es hin. Wir haben den besten Toningenieur des Vorklands engagiert. Haben wir gemacht. Keine Ahnung. Okay, wir laufen mal noch eine Runde. Ja, wir laufen mal noch eine Runde. Das ist natürlich mega geil. Wenn man hier so lang läuft. Ja, ihr müsst uns folgen, ne? Ihr müsst uns auf jeden Fall folgen. Guck dir den einfach mal, der ist so käseweiß. Da muss er in den Urlaub. Wir haben dem schon Holger jetzt in den Urlaub geschickt. Also, Andreas. Wenn das natürlich entgangen sein sollte beim schnellen Rumlaufen, dass hier jetzt, von euch aus gesehen rechts, der Holger sitzt, der sollte jetzt nochmal da rüber scrollen. Oder den Computer drehen. Und sich den Holger... Kommt mal mit. Kommt mal mit. Ich glaube. Hier. Da ist er. Pender oder Schlechter. Naja, aber warum? Urlaub. Urlaub mit klein. Im Übrigen... Oh, jetzt ist er zu schärfen. Ah, nein. Das ist falsch. Okay. Zudem... Kein Wasser drin, Holger? Oh, ja. Funktionsweise 360 Grad ist hiermit erklärt. Passt unter der Kamera. Bei Holger geht gerade in den Urlaub. Obwohl, so wie ich ihn kenne, wird er noch ganz andere Sachen machen. Hoffentlich auch ein bisschen Bass spielen. Pippe mehr. Wir sagen jetzt mal Tschüssi. Ciao. Ciao, Leute. Bis dennne. Bis zur Show. Ciao. Vielen Dank.